Hey, ich hab übrigens meine Ulti gefühlt Ja, die hab ich ständig, die geht bei mir üblich schnell voll, aber die bringt halt auch nicht so wirklich viel Meiner Meinung nach Ich frage mich, was die Leute so toll an dem, die finden Ich finde den jetzt nicht sonderlich toll Ich glaube, wenn du halt gegen kannst Ja, macht halt bestimmt am Ende sehr viel Schaden, ne, du musst halt extrem auf Schaden bei dem gehen Wenn du noch Blutbürste reinpackst, ist bestimmt gut, aber Oh, dieses Vieh, ey Komm den Krieg, oh, also, ich hab nicht mein Ding gekriegt Ich hatte genau das gemacht, was du gesagt hast Was? Während ich meine Vieh gemacht habe, den Locker gekillt hätte, ist der mir in den Laserschall reingesprungen Und durch dich durch Ja, durch dich durch, genau, ja Das hat nämlich, Arkady bei mir vorhin auch die ganze Zeit gemacht, da sie so einen Sprung hat Sobald ich den Laser gezündet habe, hat sie den Sprung gezündet und es jedes Mal da hinkommen Und deswegen konnte ich die einfach nicht killen Ich hab sie dann zwar mit dem anderen Attacken ab und zu gekillt, aber ansonsten hast du die echt mit dem Laser nicht da gekriegt Der kommt Schaden genommen und ist dann rausgesprungen Oder auch wenn du, wenn du, wenn du, äh, F hast, kannst du einfach rausspringen damit Also wenn du hier den Sprung hast Der bei mir auf F liegt, deswegen hab ich F jetzt gesagt für alle, die sich wundern sollten Ähm, ich brauche immer noch Das hier wollte ich welche holen, aber was hab ich mit sich geholt, dass das andere ausgeholt Brrrrrrrrrrrrrr Hey, danke, wie ist der whatever, wir gerade überwürdig sind Whatever? Mein Name ist whatever Ich kann mich nicht mehr aufhören, aber ich kann mich nicht mehr aufhören. Oh, ich habe mich nicht mehr aufhören, ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich bin gleich Level 15. Wie habe ich jetzt eigentlich geschafft, dass ich der beste Leveler jetzt momentan bin? Wie der Level beste Leveler? Na, also ich bin jetzt noch 11, noch 11 zu killen, ich bin Level 15, das meine ich jetzt damit. Ich war gerade eben noch der schlechteste, das hat mich jetzt gar nicht so verwundert. Mal, da siehst du gleich. Oh, da ist auch schon einer Level 15. Da kommt dann halt nicht der beste. Ist hier Feinde! Okay, mein Farm ist auch von deinem Token momentan wieder. Sektor ist noch aufhören, äh, ich kann mich nicht mehr aufhören, das heißt ja, es ist nicht mehr so ein bisschen zu machen. meistens hauptsächlich aber halt rum, dass ich ja nicht auf die Reihe komme im Moment ist ja klar gut, dass ich den... gut, dass ich den Ninja noch drin habe gerade boah, gut, dass ich den Ninja noch drin habe gerade Vorsicht, da kommen ganz viele hierzu ich hab ganz viele Freunde mitgebracht kommt zurück, kommt zurück, kommt, ja genau das, genau so Alter, wie viel Schad macht der? Geh weg Alter, zwei Tanks dabei was willst du denn tun, Alter? Nein, was? Haben sie gekillt oder was? Nee, aber während ich meine Ulti gezündet habe, hat der mein... hat der sein komisches Gefängnis über mich gemacht, hat mich betäubt und somit ist meine Ulti erlosch Das ist ja bitter, ja oh hihihihihihihihihihi Oh fuck zurück 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 Die gekillen uns gut nene 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 ich krieg den ich habe bekommen ich habe bekommen ich habe den Blacker gekillt die hat einen Blutrausch bekommen um geile in den mann mann was er macht sich gut er ist ja verdammt schnell und keiner kommt hinterher ok ich komme Moment schaffe ich nicht mehr oder man mann ja da ist er will die Erfolge Eichmann aber ich denke mal das ich hoffe das passiert sich wollen warum soll das nicht ich glaube es ist der erste Charakter so all den ich mir gekauft habe nicht gleich zu Recht doch ich bin schon öfters aber auch wenn ich habe mehr Charaktere als die Spiele auch schon sehr heftiger als da e der 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 Ansonsten ist es wirklich gut. Ich mach jetzt 300 Schaden, also ich bin momentan schon ganz gut. Wenn ich nochmal gut sage, dann bin ich wirklich gut. Und mein Farm ist auf jeden Fall weitaus höher als viele andere hier. Und deiner dann. Und das war's, dann stimmt, wir beide an den höchsten Farm wieder mal. Es ist kein Wunder, dass der Gegner uns platt macht mit der... Okay, was ist mit der Leona los? Hast du die schon mal gesehen in letzter Zeit? Äh, die war vorne. Ja, doch. Ach, da ist er. Wenn man beim Völfe spricht. Toll, ja, 3K. Ach, stimmt, das ist die, alles klar. Alter. Alter, ich bin da reingesprungen und sofort gestorben. Kannst du keinem erzählen, ne? Du gehst jetzt drauf wegen seiner Fähigkeit? Ja, ja, oh, was war das jetzt? Ach, nö. Ach, nö. Du gehst jetzt auch die selbe Scheiße hier. Komm, die Kriege. Nein, nein, komm, komm, komm. Mann, Mann, das ist das nicht. Hast du das gesehen? Ja, ich hab dir zugeguckt. Weil ich dachte, du, ey, jetzt mach das und... Wir müssen unbedingt der der 18, ich bin der Höchstleber momentan. Wir müssen unbedingt der der 18 werden. Der Waker ist absolut over. Alter, verteidigt doch den Scheiß. Ja, verteidigt doch mal den Turm bitte. Ja, ich bin tot, soll ich den Tor verteidigen? Das ist ja lustig. Kann ja, versuch ich mich ja aus dem Toten heraus auch was zu steuern. Na, dann mach doch. Habt das, wie es klappt? Habt das, wie es klappt nicht so ganz? Ja, weil du noch kein Bro wirst. Nein, das kann nicht sein. So. Das ist echt die Herde hier. Ich springe an, land im Käfig, bin sofort tot. Insta, sofort. Ja. Kann eigentlich gleich so weiter... Ja, ich finde, ganz ehrlich, der Waker ist einer dieser Viecher. Wenn du den spielen kannst, der ist absolut oberbrauer. Ey, Leute, Leute, Leute. Ich bin sofort. Ja, ich bin sofort. ich habe ihn gekült, ich habe ihn gekült, Hilfe, ich brauche Hilfe, oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Ich habe ihn gekült, Hilfe, Hilfe. Ja Leute, hier kommt noch mal drauf. Jetzt kann ich die Wahrheit sein, ich kriege der mich echt noch, wir sind zum Dritt gewesen. Gut, der eine hat nicht mitgemacht, aber wir waren so dritt. Oh mein Gott. So, ich kann mir nicht das leisten, was ich mir leisten möchte. Finde ich nicht doof, äh, finde ich nicht gut, meine ich. Findest du nicht doof? Aber ich bin ja eh noch 35 Sekunden tot, also von daher passt das schon. So, ich lebe mich jetzt genüsslich zurück und genieße mal Leben. Genüsslich zurück und genieße mal Leben. So, ich muss ganz besseres geben. Und ja, gleich kann ich mich kaufen, ja, dass ich mich nicht kaufen für alle, die jetzt gerade nicht wissen, worauf ich hinaus will, meine lieben Freunde. Ich möchte das riesen Schwert haben. Ich möchte damit etwas kompensieren. Und zwar mein, und zwar mein kleines Bildschirm. Ja, nein, der kleine Bildschirm. Ja, natürlich, der kleine Bildschirm. Was fängst du denn? Ich habe das Gefühl, dass das gesamte Team, dass das gesamte Team ja irgendwie ziemlich teamig ist. Schlecht ist. Achso, ich dachte, wir sind Teamplayer. Oh, ja, haben sie den großen gekillt, okay, den kleinen da gelassen. Oh, hier nicht. Jetzt habe ich wieder meine, jetzt habe ich wieder meine... Ja, du kannst doch jetzt einfach den kleinen killen, oder? Habe ich doch gerade gemacht. Ich will gerade Kiker Level 18 noch 1 killen und ich habe Level 18. Juhu! Ich brauche halt gerade im Moment ein Geld, damit ich mir das Equip zu Ende kaufen kann. Weil sonst bringt das nichts, Gangbaker weiter zu kämpfen. Sie ist ja, wir müssen sterben. Ich bin das in Sachen da sein. Ja, dann mach das dann. Boah, wenn ich die Sachen drin mache? So, ein Trailer dann. Der konzentrierte Geist kann selbst ein Stein durchdrehen. Okay, der Gegner durch den Dschungel ist leer, wollte ich gerade sagen, aber hier ist er was. Oh, toll. So. 790 Gold. Äh. Äh? Kannst du dich kurz aufhalten? Jaaa. Habe ich ja auch so ne Chance gegen alle? Ich finde schon, oh. Ich finde schon, dass du da Chance hast. Okay. Du bist der Rest vom Team ist die große Frage. Ach, die porten sich gerade alle zurück. Nyaaaaaa. Hallöchen. Meine Freunde. Trottel. Jetzt gehe ich einfach zurück in die Base und bin wieder heil. Weil sie entwickle ich habe, dass sie den Käfig umsonst benutzt. Und hab noch mehr Angriff. Doch, das klingt sehr logisch. Hey, ich bin der mit 18 und das klingt mir egal. Oh mein Gott. Güte, sie so schnell rennen kann, äh, wir haben, wir haben, wir haben den, wir haben, wir haben den, wir haben den, Baron noch Schauventülle, weil haben wir das gemacht? Haben wir? Ja, haben wir anscheinend. Oh ja. Hey, hat er wahrscheinlich allein gemacht. Wenn wir aufgeben. Ne, 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 schuldig. Noch bin ich hier. Ey, das kann ja nicht sein hier. Hier reichen die nichts. Hau mal deine Ulti da rein. Oh, deine Ulti drauf. Oh, deine Ulti drauf. Ja, ja, ja. Ja, genau das. Ja, ja. Okay, wir haben eingekillt, wir haben eingekillt. Gibt's nicht, ey, sind kurz vor. Ey, ich weiß nicht was ich hier noch machen soll. Ich weiß nicht, wer ich hier noch weiß. Aber, ich weiß nicht, wer das ist. Alle Täuschen werden hier noch verteidigt, ich glaub's nicht. Das kann nicht sein, wir haben's echt grad noch geschafft. Und ich hab hier noch 50 Angriff mittlerweile. Ich mach mir heute noch übelsten Schaden, ey. Aber ich brauche euch hier, ich kann nicht hier allein gehen, ich kann das nicht alleine machen. Heilen, heilen, heilen. Ja! Und noch mehr Schaden. Oh, fang ich mir tot, ich bin tot! Ah, los, kommt Hilfe, zieh! Das war's, glaub ich, jetzt nicht. Du stehst hier zwei Sekunden. Nee, das war's. Okay, nee, das ist noch der dritten und dritten, aber er kommt noch. Okay, nee, ganz nichts. Schade, 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 liebe Freunde. Ich kann jetzt zwei Sekunden drinnen. Ich kann jetzt grad nicht draufklicken hier. Wir haben verloren. Wir haben uns aber gut geschlagen am Ende, finde ich. Und dafür, dass es das erste Mal, wenn eure Charakteren soll, ich kann mal ganz kurz hier rein spoliken. Ähm... Wollt ihr was, ach, du bist doch grad im Endscreen schon, oder? Was haben wir denn für Scores gehabt? Also, ich habe 4 Kills, bin 14 mal gestorben. Du hast 6 Kills, bist 13 mal gestorben, hast insgesamt 180 mal sein gekillt, ich hatte 153 gekillt. Ähm... Das reicht mir viel besser als der Wolke. Mehr bin ich doch gar nicht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde, und... Dann müssen wir mal schauen, wenn wir daneben wollen. Vielleicht machen wir doch endlich mal Schlucker. Ich zeige, was ich da verliere. Wir verlieren irgendwie nur in den Bett. Es geht gar nicht. Ich meine, könnte meine Ideen angucken. Ich habe eine ziemlich gute Idee, aber in den Bett. Tja, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss, zum nächsten Mal. Tschüss, mal Garden. Tschüss.